Stellen auch ein bisschen unnötig, zum Beispiel die Kontrollanzeige über, 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 äh, der Minimap heißt das Ding. Und dann diese neuen Basis, ähm, ja, was heißt Basis, ähm, diese neuen Aufgaben, die man anfangs kriegt. Da war jemand. Ich find das halt so ein bisschen unnötig. Vor allem angesichts dessen, dass man die Sachen halt schon mal gemacht hat. Schön in der Hoffnung, dass ich reinlaufe, ja, ich versteh schon. So, wir warten jetzt aber kurz, bis unser Schild fertig ist, hat nichts mit Campen zu tun. Wäre einfach taktisch unklug, da jetzt wieder reinzulaufen. So, Kollegen, oh mein Gott, da ist ein Scharfschütze. Ich bin halt rein in die Schusslinien, hab direkt einen abbekommen. Jetzt mal wieder typisch mein Glück. Ne, ich muss mal kurz hier rein. Äh, irgendwie ein Medic wär halt echt überhaupt nicht verkehrt. Ihr könnt von hier aus auch noch so ein bisschen überblicken und helfen, falls irgendwas hier reinkommt. Aber ein Medic wär echt geil. Aber, wir sind Terraner, was mach ich hier eigentlich? Ich hab vergessen, dass wir keine Medics haben. Ist ja so, hat diese Fraktion ja nicht. So, schmeißen. Der sitzt einer. Und der hat die ganze Zeit so einen losen Finger, das ist unglaublich. Sobald er was sieht, schießt er und macht dann meistens halt einen kritischen Treffer. Ja, wie gesagt, wir können ja nicht auf den Medic warten, weil da kommt eh keiner, traurigerweise. Aber so ist das manchmal in Planets Zeit. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich fern von dieser Tür da halte. Weil die Tür ist scheiße. Ach, der an der Tür, ja. Ein paar Headshots sind drin, aber das reicht nicht. So, wir halten hier mal ein Auge drauf. Gehen dann hier in Deckung. Ich hab gehofft, dass hinter uns keiner ist. Ich wollte jetzt hier in den Gang gegen die Bande eine Granate reinwerfen und dann hinterher strömen. Und hab drauf gepokert, dass der Gang in diese Richtung frei ist. Ne, gar nicht in diese Richtung. War aber nicht. War auch eine doofe Vermutung. Ich mein, die stürmen da ja immerhin alle rein. Jetzt bin ich hier an dem Sunra gestrohen. Das ist ja echt cool. Ist ja genau das, was ich wollte. Nicht. Na gut, wir regeln das schon irgendwie. Na, Kollege? Zuerst auf ihn hier konzentrieren. So, der ist down. Na, Medic, hilf mir. Oh, das ist ja nett von dir. War zwar nicht direkt an mich gerichtet, aber ich hab von profitiert. Ich hätte nicht gedacht, dass der mich noch findet. Aber ich hätte auch gedacht, dass das noch für den da gereicht hätte. Dieses Spiel bringt mich um. Aber der Sunra hier ist gar nicht so schlecht, weil man dann nicht direkt im Bunker da drin spawnt. Und sich halt noch aussuchen kann, wo man hinkommt. Ich schätze mal, der eine Lorch hängt ja immer noch rum. Ne, anscheinend nicht. Finde ich gut. Der ist die ganze Zeit hier am rumgammeln. Ne, wir scheinen wieder die Ecke so weit freigeschlagen zu haben. Da ist jetzt wieder ein Flieger. Dieser Wursttyp. Gegen den sind wir einmal ganz knapp gestorben. Ah! Ja, war natürlich doof, dass ich mich jetzt auf den Flieger konzentriert hab. Aber hier ist auch grad echt extreme Flughoheit von... Oh, der war nur Souveränität. Vier Scythes. Da war grad kurz ein Reaver, aber ich denk mal, der hat sich ganz schnell verabschiedet, ja. Der ist tot, aber der lebt noch. Ich weiß nicht, was auf mich schießt, wenn ich ehrlich bin. Deswegen anscheinend ein Scharfschütze. Holy shit! Ach, der war von... Ja, okay, der war von der anderen Seite. Ich hab gedacht, der wär hier oberhalb des Hügels. Aber das Spielen können wir ja auch, ne? Ich seh ihn. So, und ich hab natürlich keinen Bock auf so ne Kacke, wenn dann die ganze Zeit da einer sich totkämmt und die Kills farmt. Ist zwar ganz cool für ihn, aber ich find das eher ätzend in dem Moment. So, ich sollte da eigentlich ohne Probleme hochkommen. Und vor allem, da ich mich nicht getarnt habe, sollte ich auch an ihn rankommen, ohne dass er irgendwie Panik bekommt. Ist jetzt nur die Frage, ob er irgendwie einen Bewegungsmelder oder so hat. Ich hoffe mal, dass nicht. Auch mal hinter mich gucken, nicht, dass er plötzlich hinter mir auftaucht. Weil so Späße mach ich ja auch gern mit meinen Gegnern. Ich weiß ja, wie einfach man das überhören kann. Aber ich komm da tatsächlich nicht so einfach hoch. Na doch. Relativ einfach noch. So, dann. Kollege. Finde ich nämlich gar nicht mal so nett, was du hier machst. Wollte ich nur mal so mit meinem Messer ausdrücken. So, dann hoffe ich, dass er noch einmal seine Spawnkapsel gedrückt hat. Bis dahin sehe ich nix, ja? Ja, dann nenne ich das hier mal einen anständigen Rache-Kill. Wir laden mal kurz auf und gehen dann selber wieder los. Da unten ist richtig viel los. Sorgen wir mal für ein bisschen Detection auf dem Radar. Ab dafür. So, immer mal kurz tarnen und wieder entern. Ja, ich hab irgendwie nur Typen, die mich ignorieren hier. Ja gut, beim anderen, da hab ich mich ja wirklich strategisch von hinten angeschlichen. Aber der hat mich strikt ignoriert. Oder ich bin gerade so an seinem Sichtfeld vorbei. Entweder oder. Ich leg mal hier ne Mine hin. Weil ich glaube... Habt ihr das gesehen? Ich mein, es ist ja erstmal schon lächerlich genug, dass... Ähm... Die Mine mich getötet hat. Ich weiß auch, dass die Minen, wenn man mit Warnung die Mine schmeißt, die halt noch so ein bisschen hüpfen. Wie so ein Gegenstand, den man halt wirft. Aber dass die Claymore nicht sofort auf ihrem Fleck sitzt, das wusste ich nicht. Und das war gerade tödlich. So eine Scheiße. Na gut, ist unsere Killstreak da hinten mal beendet? Ich schnapp mir noch einen Flieger. Oh, Kollege. Jetzt ist es vorbei. Ist nie lustig, wenn ein Flieger mit dazu kommt. Jedenfalls für einen MBT. Ah! Ich hab ja nicht mal die Aussteigen-Taste gedrückt. Das ist ja das Lustige. So, aber der ist noch tot, ja? Das ist das Wichtigste. Hab ich mir Aussteigen auf F gelegt? Kann ja gar nicht sein. Ich bin ja schon mal aufgestiegen. Ich bin wahrscheinlich doch irgendwie auf E gekommen. Ja, das sind die Sachen, wo ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen muss. Seit der letzten Aufnahme, ist ja jetzt schon ein bisschen her, habe ich halt auch meine mechanische Tastatur. Und die Tastenanschläge sind halt auch einiges sensibler. Und wenn ich dann mal über eine Taste drüber komme, ist die Taste auch gedrückt. Und deswegen ist wohl jetzt mit der E-Taste noch größere Vorsicht geboten, als vorher ohnehin schon. So, das war der Favorin. Dann haben wir hier noch die Scythes, die hier eben eine Sichtweite waren. Aber na gut. Sind anscheinend jetzt nicht mehr da. Dann fliegen wir nochmal zu unserem Ziel. Oh mein Gott. Ich sage es euch immer wieder, meine Meinung zu Valkyries. Na gut, Valkyries werden natürlich exponentiell besser, sobald andere Sachen dazukommen, die keine Valkyries sind. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf die Valkyrie, weil da kriege ich zwei Kills. Ich glaube, das ist sicherer. Wieso geht denn der so ab? Wieso ist denn der so schnell? So, nochmal drauf, ja. So. Er ist ein bisschen nervig mit dem anderen Flieger am Arsch. Das wird so nix. Er hat uns halt auseinandergenommen und nicht die Valkyrie. Das meine ich ja. Valkyries sind totaler Scheiß. Ich weiß nicht, warum man eine Valkyrie nimmt. Und wäre ich jetzt nicht so ein Greeter gewesen, hätte ich den anderen Scyth wahrscheinlich auch nur auseinandergenommen. Weil ich bin ja wirklich nur strikt der Scheiß Valkyrie hinterher und er hat mich nicht bekommen. So, aber hier sind die ganze Zeit noch Gegner und das stört mich gerade so ein bisschen. Ach, das sind nur Anti-Air-Leute, die hier kämpfen. Ich denke die ganze Zeit, hier sind ja so viele Leute, die an dem Tower kämpfen. Aber anscheinend wirklich nur als Anti-Air-Maßnahme. Allein das ist ja schon bewundernswert, weil sowas sieht man normalerweise erst, sobald es zu spät ist, dass die Leute versuchen irgendwas zu besetzen. Das ist immer traurig. Na, der ist down. Na gut, dann verschwinden wir hier mal wieder. Ist genug geflogen. Ich möchte wieder zurück zum... Na, war ja klar. Ja, dann gehen wir wohl erstmal hier hin. Warum nicht, ne? Ist ja auch eine coole Position. Ja, wird geschrieben. Ja, wir haben hier noch 2 Minuten 31. Finde ich gut, dass sie den Timer deutlich sichtbar gemacht haben. Früher war es so, ja, jetzt ist gleich irgendwann zu Ende. Und wenn du nicht genau guckst, hast du verpackt. Nur hier können wir auch nichts machen. Hier sind wir erstens am Spawn zugekämmt, zweitens ist da McRider und drittens ist da 1, 2, 3 Scythes in der Luft. Sind Scythes in der Luft und das ist halt uncool. Aber das meine ich damit, wir gehen erstmal hier hin. Jetzt ist wieder Heioka Armory in der Spawnreichweite und wir können wieder hier ein bisschen kämpfen. Holy shit. Ja, ich glaube hier zu kämpfen hat auch schon seinen Sinn verloren. Habt ihr das gesehen? Ne, jetzt mal im Ernst. Habt ihr das gesehen? Den Typ, wo ich zuerst drauf geschossen habe? Da stand die ganze Zeit, spult zurück, da stand die ganze Zeit einer von unseren Leuten neben und hat ihn angeguckt und nicht geschossen. Ja, aber wie gesagt, wir können hier nicht mehr kämpfen, wir können da nicht mehr kämpfen. Emmerich, Hossen, boah, ey, die wollen mich verarschen. Die abgefucktesen Kontinente von allen und dann so behinderte Kampfpositionen. Gucken wir mal, was hier hinten los ist. Wisst ihr, auf Esamir oder Inda könnte ich hier mal was reißen, einfach nur, weil ich das Gebiet kenne. Aber hier das, das ist ein Riesenforz. Jetzt haben wir hier ein Kriegsgebiet, aber hier sind nur ein bis zwölf Leute. Da hinten kannst du nicht spawnen bei dem Sunra, weil der ist erstens wahrscheinlich jetzt schon tot und zweitens ist das Gebiet verloren. Können wir nicht mehr spawnen. Jeden kannst du nicht spawnen, weil das ist schon wieder abgeklimmt. Kannst du vergessen, kriegst du nicht mehr zurück eingenommen. Oder? Die kriegen das zurück eingenommen. Okay, dann haben wir es hier echt mit Pfosten zu tun, die die A und B und C und Einnahmepunkte nicht verteidigen. Tatsache. Okay, dann kämpfen wir mal hier weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Dann waren wir hier zugekämmt und die Scythes sind weg und der McRider wurde ausgeschaltet, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist Wahnsinn, wie das hier eben zugekämmt war und jetzt ist auf einmal wieder frohe Heile Welt. Na, da oben sind Leute. Finde ich erstmal uncool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Den einen Typen habe ich nicht mal mehr bekommen. Also als ich, wo war ich denn? Als ich da hochgeguckt habe, sah das ja noch recht leer aus, aber nicht.